Ich lerne Deutsch. Nummer 1862 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Seit wir selbst ein Baby haben, bekommen wir von allen Seiten die neuesten Babyfotos. Seit wir selbst ein Baby haben, bekommen wir von allen Seiten die neuesten Babyfotos. Seit wir selbst ein Baby haben, bekommen wir von allen Seiten die neuesten Babyfotos. Mit Hilfe von Farbe und Pinsel veredle ich die von mir hergestellten Keramiken. Mit Hilfe von Farbe und Pinsel veredle ich die von mir hergestellten Keramiken. Mit Hilfe von Farbe und Pinsel veredle ich die von mir hergestellten Keramiken. Da das Büro nur zwei Kilometer von meiner Wohnung entfernt ist, gehe ich zu Fuß zur Arbeit. Kannst du mir sagen, was das für eine Blume ist? Wie heißt sie? Kannst du mir sagen, was das für eine Blume ist? Wie heißt sie? Dein Papa wird bald nach Hause kommen. Dann spielen wir zusammen. Dein Papa wird bald nach Hause kommen. Dann spielen wir zusammen. Ich habe einen neuen Werbevertrag mit einem internationalen Unternehmen abgeschlossen. Ich habe einen neuen Werbevertrag mit einem internationalen Unternehmen abgeschlossen. Ich bin mir sicher, dass mir auch diese neue Schule gut gefallen wird. Ich bin mir sicher, dass mir auch diese neue Schule gut gefallen wird. Ich bin mir sicher, dass mir auch diese neue Schule gut gefallen wird. Wir starten die Drohne gemeinsam. Ich zeige dir, wie man sie steuert. Der Dachdecker deckt das Dach mit neuen Dachpfannen. Der Dachdecker deckt das Dach mit neuen Dachpfannen. Mach mich nicht verlegen. Ich möchte auf diese Frage jetzt nicht antworten. Mach mich nicht verlegen. Ich möchte auf diese Frage jetzt nicht antworten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Regina erhält eine Textnachricht von Rainer. Sie unterbricht deshalb ihre Büroarbeit. Regina erhält eine Textnachricht von Rainer. Sie unterbricht deshalb ihre Büroarbeit. Alle Mitarbeiter leiten abwechselnd das Meeting. So hat jeder die Möglichkeit, vor der Gruppe zu sprechen. Alle Mitarbeiter leiten abwechselnd das Meeting. So hat jeder die Möglichkeit, vor der Gruppe zu sprechen. Ramon raucht eine elektronische Zigarette. Man kann sein Gesicht kaum sehen. Ramon raucht eine elektronische Zigarette. Man kann sein Gesicht kaum sehen. Wir arbeiten hier alle sehr hart, um unsere Ziele zu erreichen, aber es macht auch Spaß, wenn man das Ergebnis sieht. Ich benutze keinen elektrischen Rasierapparat. Ich rasiere mich nass. Wir haben nachgerechnet und kennen die Antwort auch. Lernen ist am effektivsten, wenn man mit Freunden zusammen ist. Lernen ist am effektivsten, wenn man mit Freunden zusammen ist. Lernen ist am effektivsten, wenn man mit Freunden zusammen ist. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil ich schon zwölf Stunden arbeite. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil ich schon zwölf Stunden arbeite. Meine Tochter hat mein künstlerisches Talent geerbt. Beim Malen entwickelt sie ihren eigenen Stil. Meine Tochter hat mein künstlerisches Talent geerbt. Beim Malen entwickelt sie ihren eigenen Stil. Ich kenne die Antwort auf diese Frage und möchte sie allen mitteilen. Ich kenne die Antwort auf diese Frage und möchte sie allen mitteilen. Jeder Käufer erhält von mir kostenlos eine kleine Broschüre über Heilpflanzen. Jeder Käufer erhält von mir kostenlos eine kleine Broschüre über Heilpflanzen. Nach langer Dürre regnet es wieder und der Fluss füllt sich mit Wasser. Nach langer Dürre regnet es wieder und der Fluss füllt sich mit Wasser. Nach langer Dürre regnet es wieder und der Fluss füllt sich mit Wasser. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Nach langer Dürre regnet es wieder und der Fluss füllt sich mit Wasser. Nach langer Dürre regnet es wieder und der Fluss füllt sich mit Wasser. Nach langer Dürre regnet es wieder und der Fluss füllt sich mit Wasser.